Ja, Gebäude hab ich nie. Also was zu tun gibt's immer. Nur nicht unbedingt das hier. Ich sag da nix zu. Ich arbeite hier, er ist der Chef, fertig. Dann sag ich dazu nicht. Also ich brauch so'n Scheiß nicht. Alter, die übliche Scheiße. Guten Morgen, Freunde. Heute meint mein K30 entweder zu wenig Saft auf dem Anlasser, oder die Batterie ist ziemlich platt. Kann aber eigentlich gar nicht sein, weil die Batterie nämlich geladen hat. Auf jeden Fall meint nämlich der Kollege, ihn nicht mehr auszurücken und sein Leben nicht mehr zu feiern. Ich steh jetzt hier wie blöde. Kann ich jetzt nicht brücken, vielleicht? Ich kann natürlich nicht brücken. Auch bei einem Steady-Vent ist das einfacher. Da hängt die nicht so viel Scheiße vor. Das wäre gleicher Motor, gleicher Anlasser. Das ist der Bruder davon. Ich hab ja nicht mal einen Hammer. Das brauch ich morgens. Das ist genau das, was ich morgens brauch. Um 8 Uhr erstmal fleißig unter der Kerre liegen. Und kein Ersatzauto haben. Und die Kerre zerlegen. So, die feiert das. Zu wenig Strom, guck mal. Siehst du das? Aus irgendwelchen Gründen auch immer, hat eine Blarie wieder nicht geladen. Ich würde das kotzen, Alter. Ohne Scheiß. Jeden Morgen habe ich irgendwelche Scheiße. Dann räume ich jetzt alles auf und dann kann ich jetzt nicht zur Arbeit fahren, weil ich kein Auto habe. Super. Ja, bekomme mein Leben, Freunde. Irgendwas muss ja immer sein. Es kann doch nicht sein, dass das immer alles so funktioniert. Dann muss ja wenigstens einmal scheiße sein am Tag. Ist doch nicht so, dass ich heute Termine habe. Das Kotzen. So, was machen wir jetzt? Wieder auf dem 1,5 Kilometer zum Kindergarten. Yeah. Natürlich auch kein Kinderwagen da. Weil mein Kinderwagen ist natürlich im anderen Auto drin bei Tine. Nichts hier. Ja. Super. Junge. Ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Du brauchst eigentlich nur Starthilfe, ne? Ja. Das Problem ist, hat die Anlassabatterie nicht mitgeladen, denke ich mal. Das merkst du ja nach ein paar Wochen, dass die nicht funktioniert. Die Hauptbatterie hat geladen, die andere nicht. Nur halt, wo kriege ich jetzt Strom her? Mein Vater hat bis jetzt keine funktionierende Batterie. Und auch keine Starthilfe-Kabel. Gordon hat keinen Führerschein. Also egal, was ich jetzt tue. Ich habe Scheiße. Und ich wollte heute noch einen Start eigentlich. Ich hätte noch was anderes vor. Zwei Termine noch. Wurde ein bisschen Gummischlöcher besorgen für den G20-Fan. Und ich wollte noch ein bisschen hier ... Boah, mein Arm fängt an weh zu tun. Mal den Arm wechseln. Sonst ist das gleich ab. Da ist Eike, pass mal auf. Das ist wild. Ich lad das mal nach. 13,3 Volt. Das ist ja schon komisch. Du musst jetzt eigentlich laufen dann. Aber das läuft ja ganz schön leise. Pass auf. Das sieht gar nicht aus. Und hier ... Ich meinte ein Multimeter. 13,4 Volt. Das kann nicht sein. Der kann keine 13 Volt haben, Alter. Die Batterien haben die ganze Nacht gestanden. Wenn der jetzt gelaufen hätte, und der so ein bisschen Dach tüdeln darf. Das war was anderes. Aber das kann nicht sein, Mann. Nie im Leben. Keilrim-Spannung ist hier da. Die ist hier auch da. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, dann hüpf doch mal rein. Ich probier's dann gut. Ja, klar. Jetzt anspringen, dann hau ich das Ding kaputt. Nein. Ich bin gerade vier Kilometer gelaufen durch Regen. Okay, bei zwei waren es ja wenigstens dabei. Dann bist du mal zum Schnacken gehabt. Pass mal auf. Komm mal. Wir können mal die Batteriepole checken. Die Batteriepole mal ein bisschen hier ... die Kontakte tüdeln. Ich war schon unter gewesen. Hab schon geklopft. Das ist mein Hammer gewesen. Die Batteriepole eben checken. Gucken, ob hier ein Kabel ab ist oder irgendwas. Ja, bin dabei. Normale Leute, weißt du? Wir sitzen jetzt ... Wir sitzen jetzt ... Wir sitzen zu Hause jetzt. Oder sitzen in der Arbeit, trinken gerade den dritten Kaffee. Und dann komm ich. Ich liege hier gerade so gemütlich. Und am Auto ... Draußen regnet das wie Sau. Das tropft hier alles runter. Und ich warte ... Und ich warte ... Und ich warte ... Und ich warte hier so ... So ein Koflügel-Check machen hier so. Und ich warte halt drauf ... Äh ... Das Eiche wieder kommt ... Mit ... Mit ... Mit einem Hammer. Weil ich meinen Magnetschreiter mal ein bisschen bearbeiten will. Weil bisher tatsächlich ... Batterien haben bei der Saft. Ich hab die Batteriepole sauber gemacht. Und das Ding klickert immer nur vor sich hin. Der Anlasser hat null Bock. Scheiße, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Und diese Anlasser fahren. Diese scheiß Anlasser. Und dazu kommt noch, wenn ich diesen Anlasser jetzt neu kaufen will. Oder gebraucht. Der neu, ne. Kostet ja richtig Kohle. Kostet ja jemand mit 400 Eier oder sowas. Das wäre natürlich super toll. Wieso fahr ich hier einfach einen Twingo? Weißt du? Scheiße. Quotenweg. Jetzt bitte komm ... Bitte komm zurück. Ich brauch ihn wieder. Er soll mal wieder laufen jetzt. Scheiße, Alter. Ich rede langsam nassen Schlöpfer. Ich jetzt hier so rumbisch rumlieg. Hier Kreuzgelenk von der Vordergang Antriebswörter. Vom Eiradantrieb. Bisschen Ölfeucht hier alles. Das ist eher nicht. Das ist locker. Nee, das ist fest. Dann kommt Eike wieder mit dem Hammer. Und dann gucken wir mal. Ja, warte. Danke mal. Weißt du, wenn man den startet? Ja. Der hat in der Mittelkonsole so einen Zugschalter. Alter, ist er am drehen. Hammer und Verlängerung, Alter. Das ist der Scheiß. Jetzt sind wir unterwegs mit Gartenunterlagen mit. Das ist die Feuchtigkeit, glaube ich. Der Magnetscherer liebt diese Feuchtigkeit nicht. Ja. Meinst du, jetzt läuft der. Pass mal auf. Das ist die Feuchtigkeit für den Hauberauffahrt. Der Läuftige 2. Halt den ein bisschen am Nauern. Halt den. Halt den. Halt den. Halt den. Halt den. Halt den. Läuft den. Ja, warte. Der läuft gut jetzt. Ja. Danke dir. Uwe, deine Werkzeug werden nicht weitergekommen. Uwe, dein Arsch aber auch nicht. Ob das deutlich langweiliger gewesen. Ja. Und meine Batterien an 13,8 Volt. Ohne was die laufen. Super Batterien. Die laden sich selber auf, Alter. Da können wir ein Kraftwerk aufmachen. Ja. Und dein Werkzeug, die hat er da vorne drin. Vornein. Jetzt hab ich's rausgepackt. Perfekt. Warte, ich packe die mal wieder in den Garten, die Scheißdinger. Bis das nächste Mal. Ja. Super. Das krieg ich jetzt hier ein. Ja, komm. Der haut da ein bisschen Sprühfett nachher ran. Ja, genau. Mal gucken. Ja, der geht jetzt wieder da. Lass er. Seit ein paar Jahren hängt der Arm an mal so ein bisschen, ne? Ja. Aber so hart gehangen haben wir noch nie. Mal ein bisschen, äh, fliegel. Ah, scheiß Wetter. Ja. E. 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 Das geht noch. Danke, Alter. So, jetzt gehen wir ins Totten, ne? Gute Besserung weiterhin. Ja, danke dir. Ich fahr mal eben zum Dummitypen. Ja. Hau rein, Mom. Ja, auch gute Nachbarschaft. Eigentlich ist ein guter Nachbar, ein guter Freund von mir. Er wird auch Hannah zur Schule. Also das läuft bei uns auch nicht ganz gut. Weil da zwei Kinder. Alleinerziehend. Und er ist halt immer zu Hause. Ist ganz cool. Ach so. Leute, das ist fast himmige Scheiße. Ich seh jetzt aus wie Sau. Aber ich werd meinen Tag jetzt einfach so weiterführen, als wär nichts gewesen. Der Anlasser geht jetzt wieder. Ich kenn das Problem. Und ich hab's auch herausgefunden. Der ist nicht defekt. Das ist so. Die Feuchtigkeit. Ein Kontaktproblem. Und du kommst mit diesem Anlass übrigens nicht ran. Habt ihr das gesehen, wie verbaut der ist? Junge, ich kümm um. Das ist halt gleich wie im Chevy Van. So, hab ich mal sagen. Weiter geht's mit diesem Gurkenalltag. Weil Gurkier geht der Alltag gar nicht tatsächlich. Als er jetzt gerade geht. Es geht nicht viel gurkiger. Der ist obergurkig, Alter. Ich bin komplett durchnässt. Ich lag erst mal gerade in meinem eigenen Saft auf dem Rad. Scheiße, Mann. So. Zum Gummitypen. Leitungen holen für den nächsten 6-2er V8 Diesel. Der auch kaputt ist. Und Licht anmachen. Das war auch noch mal eine Maßnahme. So. Auf geht's. Ah, meine Lichtmaschinen sind wieder gut. Habt ihr gesehen? Haha. Scheinbar. Und die Batterien sind ja voll sind. Ah, ich krieg das Hürgen. Aber wie kann das sein? Mal eben von euch gefragt. Dass der K30. Ah, du könntest nicht in der Welt. Verfolgt für dich mit der Welt. Dass der K30 hier, ähm, 13, irgendwas Volt Restspannung hat. Also jetzt mal ohne Scheiß. Er hat die ganze Nacht gestanden. Und er hat über 13 Volt noch auf der Batterie. Also das ist ja schon ganz schön viel, finde ich. Als Ruhe, Spannung. Weiß auch nicht. Das ist fast schon Ladestrom. Vor euch ein bisschen Sinn und Verstand zu kriegen. Folgender Plan. Wir fahren jetzt nach Gummischwalm. und gehen dort hier Spritleitungen shoppen für den hier, für den Chevy-Van. Weil der steht da immer mehr in der Halle und funktioniert nicht. Kann ich natürlich nicht viel mit anfangen, wenn das Ding nicht funktioniert. Brauchen wir nicht überreden. Ne, wenn wir das gemacht haben, fahren wir so an der Berufsschule im Willemshafen, wo ein Auto steht, woran ich Interesse habe, weil ich schon seit meiner Lehrzeit kenne. Tina hat mir da Bilder von geschickt, dass es diesen Wagen noch gibt. Weil sie geht da auf diese Schule. Also interessant. Also das machen wir jetzt als nächstes. Das gucken wir uns erstmal an jetzt. Und hier, dann geht's zurück in die Gurkenhalle und dann wird der ganze Rest gepflegt. Wird der ganze restliche Tag irgendwie runtergerockt. Feierabend würde ich natürlich, wenn der Van heute Abend laufen würde, dass ich mal den Werkstab wieder kriege. Weil aktuell blockiert er ja meinen ganzen Laden. Und das ist nicht so, ja nicht so feierlich für mich. Weißt du? Wer kann diesen Almera jetzt noch fertig machen möchte oder sowas, den wir gestern gekauft haben. Im Los Place Video, da wo wir noch hier beim Knast da hinten waren. Sehr interessant auf jeden Fall. Die Story war allgemein sehr cool. Gordon hat sich auch voll gefreut. Und das war für ihn so ein richtiger Effekt, so sag ich mal, wie ganz früher. Ich sag mal, es gibt schlimmere Arbeitstage, ne? Bezahlte Arbeitstage. Wild eigentlich, aber ist so. Bei uns läuft das so. Naja, gut. Wir fahren jetzt. Ja, ich fahr jetzt mal. Frühstücken würde ich auch ganz gerne tatsächlich. Aber das hat mir, glaube ich, mit dieser Bastelaktion heute versaut. Von der Zeit hier. Was lernen wir auch für Misere von gerade eben? Der K30 braucht definitiv Bordwerkzeug. Weil mit Bordwerkzeug, wenn mir das nicht passiert, dann wäre das Ding schnell am Laufen gewesen. Hätte ich mir eben einen kleinen Schlag gegeben. Hätte auch schon mal ein Ding mit dem Fett da reingejagt, in den Magnetschalter von dem Ding. Und dann wäre der Anlass wieder funktionswürdig gewesen. Das ist aber halt K30. So, der alten Chevy fährst. Eben welchen lustigen Kleinkram hast du eigentlich immer. Wenn man eine heiße Nummer ein bisschen kommen würde jetzt, und ich nicht immer so mit einer halb offenen Scheibe so beschlagen, wenn der sitzen würde, wäre mir das noch ein bisschen lieber. Aber gut, sehen kann ich genug. Aber das nervt schon ziemlich ab. Weil ich halt so nass bin. Ich bin komplett durch Nest. Deswegen ist die Karre aufwand in der kleinen Kabine. Komplett beschlagen, ne? Jetzt 50 Euro in verschiedene Benzinschläuche investiert. Was eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber das ist das wenigsten Fuschige, was ich hier machen konnte. Ah, warm hier. Und ich habe sogar extra für den Chevy-Van, weil da kommt da so scheiße ran, noch Spezialschellen besorgt. Das sind diese hier. Das sind Spezialschellen für Benzinschläuche, damit die Scheiße auch nicht undicht wird. Das sind so normale, die kann man für die Verburtengeschichten nehmen. Aber diese hier, die packen das ein bisschen besser. Und dann hier kann man ein bisschen besser mit arbeiten. Das ist der Plan. Und die Dinger auch. Hier verschiedene Größen. Immer drei Meter. Hier auch. Das ist alles Benzinschlauch. Und alles tatsächlich mit Innengewebe, nicht mit Außengewebe. Außengewebe habe ich nur scheiße mit gehabt in meiner ganzen Gurken-Karriere. Und so können wir halt arbeiten. Ein bisschen Außen-Karriere haben wir noch tatsächlich. Wenn wir hinten im Lager, also zur Community bekommen, wie viel den Gurken-Camper verwurstet. Das reicht für den. Aber das hier ist halt... Ich will das nicht wieder anfassen müssen mit dem Chevy. Wenn es funktioniert, am Ende ist das schön. Und wenn ich es nicht wieder anfassen muss, werde ich noch glücklicher. Du wirst, was ich meine. So, wieder raus aus der Berufsschule. Ich war ja früher selber an der Schule tatsächlich. Da kannte ich noch so ein Testauto. Das haben die mal gehabt. Jahrelang hier im Betrieb. Fast schon Ewigkeiten her. Das ist aber ein Auto, was genau in mein Beuteschema passt. Und das Auto gibt es hier noch. Das steht aber auf dem Hof rum. Und ich habe mir jetzt den Leiter geschnappt. Der kannte mich noch von früher. Wie kannten die mich alle noch? Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin doch überhaupt nicht auffällig. Ich bin doch gar nicht hier, Alter. Ich habe mal geschwänzt. Woher kennen die mich noch? Egal. Na gut. Der Vorteil ist, der Typ, der den ganzen Kram leitet, der hat damals eine Zeitung von meinem Museum gelesen. Und der war gar nicht mal so abgeneigt. Jetzt nehme ich mir mal den schriftlichen Kontakt mit der Schule auf. Und vielleicht kann ich mir die Karre dann ziehen. Mal schauen. Das dauert aber noch ein paar Monate. Aber ich bleib dran. Das ist so ein typisches, Max hat eine Spurding und reißt das so durch. Das fand ich ganz krass. Weil, wo ich früher in dieser Schule war, gab die das ganze Gebäude noch gar nicht. Haben sie alles neu gemacht schon. Also das ist riesengroß schon, das Teil hier. Aber, wie gesagt, ihr seht ja, ich bleib immer mal dran. Und vielleicht ist meine Hartnäckigkeit am Ende mit Dings belohnt. Das ist eh ganz komisch. Und früher bin ich mit dem Roller hierher gefahren. Und am Ende mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Kalle auf der Rett, Alter. Jetzt parke ich mit dem Chevy K30 hier auf dem selben Parkplatz, wo ich früher mal den Roller hingestellt habe. Läuft. Die, die Jahre vergehen, Alter. Ohne Scheiß. Naja gut. Lass mich nach Friedeburg fahren jetzt. Kaffee bin mir auch noch gezogen. Der kostet nämlich nur einen Euro. Läuft. Ich habe hier mal Heißbomben um uns geholt. In der Apotheke. Weil ich gerade heißer bin. Seit kurzer Zeit. Kann mich nicht, warum ich bin. Heiser wie Sau. Ganz komisch. Aber geht auch wieder weg irgendwann. Angekommen. In der Gartenhalle. So. Er denkt ja, das ist im Moment später. Aber schon wieder eine Stunde später. Wir haben gerade noch einen gestrandeten T4-Fahrer geholfen. Dessen Kiste, die ich mehr wollte. Jetzt ist er wieder auch nachwuchs. Ja. Was hier bei uns vor der Halle strandet. Ist schon verrückt. Ähm. So. Es war ein bisschen Licht an in der Bude hier. Aber ich muss ein bisschen am Van beigehen. Ich muss auch noch an den hier beigehen. Weil ich muss die Annäherdosen noch neu verkabeln. Der Anlass hat sich natürlich keine Reparaturdings dabei. Das hat er manchmal halt. Hat er aber auch schon seit zwei Jahren. Ja. Wenn ich jetzt einen neuen Anlasser da jetzt einbauen würde. Für 10.000 Euro. Von der Sache. Wenn ich den Hammer drauf rumtickern muss. Pfff. Tickern mit dem Hammer. Schade, Alter. Das ist ja automatisch. Kannst du halt nicht anrollen, ne? Weil ich aber jetzt hier erst mache. Ich habe jetzt die neuen Lampen verkabelt. Also die von Timo. Die Lampen, die er mir vorgestellt hat. Hier. Der Horstie. Hier liegen die vier. Das ist auf der anderen Seite. Oder jetzt schon mal erst mal mit dem Van hier anfangen. Ich würde sagen, jetzt zeig erst mal Gordon die neuen Schläuche. Ja. Er hat ein Getüdel. Heute ist ein bisschen durcheinander. Aber wenn man ganz ehrlich ist. Wann ist das hier nicht durcheinander? Das ist eigentlich immer irgendwie durcheinander. Also scheiß was drauf. Super, äh, die, die. Super Getüdel. Die überall bekannte Standreparatur. Wieso, das ist doch gut jetzt von dem Auto. Ja, ja. Das ist voll gut. Das ist übrigens Elvis. Elvis von Elvis' Tochter. Der alte Polo. Ist das hier. Dieser hier. Da bin ich auch schon wieder stinkig. Auf Elvis oder wen? Warum bestelle ich den extra? Ihnen hier. 50 Cent teureren. Weil da ein Gummiring drauf ist. Und hier ist der Gummiring nicht bei. Das ist toll. Was soll denn das? Ja. Eins haben wir noch für den TÜV. Bei dem hier. Hier. Das Loch. Das ist ein Loch. Das weiß ich. Das hatten wir vorher mal. Sonst war der. Dann können wir den noch morgen mitnehmen. Und fläst du heute den anderen noch. Die beiden zusammen. Dann haben wir den Autohandel wieder ein bisschen hochgepumpt. Ja. Trotz Gedanken. Sag mal, guck dir das jetzt bitte mal. Das ist richtig, ne? Junge, was ist denn hier los? Ja, die sind halt kaputt, ne? Junge. Ja. Das sind die richtigen, ne? Das sind die aber doch. Das sind die richtigen, die werden so passt. Die sind ein bisschen komisch aussehen, ne? Das sind die richtigen, ne? Die sind ein bisschen anders. Nehmen wir nur ob die hier. Aber die sind die gleichen. Ja, aber guck mal. Die Haken sind ein bisschen anders geformt. Vom Grundgedanken sind die gleich. Guck mal. Hier ist der Haken gleich. Die sind verschieden, die Bremse. Ach, ach, ach. Guck mal, ja. Ja, die sind verschieden. Das erklärt, was wir hier. Guck. Ja, das passt. Ja, das sind die richtigen, ne? Ich hab mir die Bremse wieder aussieht. Aber ich hab schon wieder einen Schock gekriegt ohne Ende. Weil hier vorne die abgebildet sind. Ja, ja. Ich denk, was ist das? Was ist das? Das sind doch genau die Flüsse. Guck. Ja, ja. Die haben wir ja schon. Ich weiß, ich hab die bestellt, ne? Ich hab ja besucht so lange da. Oder nicht so lange. Aber ich hab ja besucht halt. Dass ich, bis ich die rausfinde. Guck mal. Das ist ein bisschen anders, ne? Komm, wenn du guckst. Ja. Das sind auch fast die gleichen. Ja, fast. Ja, nur fast. Aber. Guck mal, die Führung hier ist anders. Ja, stimmt. Da, die müsste die Balance nicht gerade. Das ist das Problem, ja, ja. Stimmt, ja. Das ist ja ein Ding. Gibt zwei verschiedene Varianten. Drei. 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 Die gibt's auch noch. Ja, gut. Aber diese Autos kommen ja öfters bei uns vor. Die kann man behalten, die Teile. Die mit der Führung gibt's ja auch noch. Stimmt. Das ist aber hinten, glaub ich. Nee. Nein, die gibt's auch für vorne. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Obwohl, nee. Ist ja edler. Ich glaub, das ist ja der 1,4er. Der hat hinten Trommel. Der 1,6er hat ja auch noch Trommel, ne? Mhm. Der hat, glaub ich, hier hat, glaub ich, keine Scheibenbremse hinten. Ja, für hinten ist es schlecht, die Dinger hinzubauen. Stimmt. Na gut, dann kann... Lass uns die noch morgen mitnehmen. Einziger Nachteil, wir müssen da andere Reifen draufschmeißen. Die Reifen sind nicht der Hammer. Ich find dich jetzt nicht so Knaller. Kann man mal gucken, wo noch welche haben? In dem Reifenmaß. In dem Reifenmaß. Immer ein bisschen schwitzen. Ja, ich finde die Reifen selber sind halt... Die sind gar nicht immer so mega schlecht, die sind einfach nur alt. Die sind immer zu alt. 20 Jahre alten Reifen, warum will die so ein Tüffern? Was? Hattest du gesagt, hier? Das ist okay. Das ist alt. Aber guck mal, das ist heile. Ist das? Ja, ja. Da ist es halt angerostet. Fragt mich nicht. Es sind Rastblasen irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ja, das ist ganz merkwürdig. Das ist komisch. Ja, aber das ist für eine Karre, für einen Polo. Wie gesagt, das kauft sich einer, der zwei Jahre mitfahren will. Und das ist das gut. Und dafür steht der echt ganz gut da. Zum Reiten so, ne? Das ist ja nicht das Auge der Welt. Oha. Da auch. Ah, Standardstelle. Standardstelle. Ich hab's geahnt. Man kennt ihn. Hey, der Aufkleber hier. Ah! Nicht kaputt machen. Der Aufkleber, Alter! Da war der Haken. Da ist er. Liegt er weiter daran, weil er wieder Dreck hinter ist. So wie immer bei den Dingern. Ja, der selbe Scheiß. Gut, dass er einen Aufkleber gekriegt hat. Der Aufkleber hat's gemacht. Machen wir einen anderen noch drüber. Einen größeren. Einen größeren. Da muss ein Blech hinter. Scheiße. Weil ich füll den nämlich morgen auch beim Schiff. Sonst ist er ja so verkaufsfertig eigentlich. Wieso denn der Audi denn nicht? Der kann ja auch mit. Abschleifwagen. Ja, aber beide mitnehmen. Das stimmt. Ja, genau. Weil der Audi steht schon so lange. Der Audi muss und du musst mit. Der wird immer schlechter, wenn der rumsteht. Sehe ich ja auch so. Tut mir ein bisschen leid, wenn ich gesagt habe. Find ich auch. Ich bin echt nicht. Also am Anfang hab ich den gehasst. Ja. Ist mittlerweile... Und jetzt mittlerweile füll ich den Pool. Der ist doch geil. Der hat irgendwie was. Weil der schön sauber ist. Und weil der sieht jetzt wieder aus wie ein Auto wieder. Der hat sich gemacht. Ja, das stimmt. Du bist ja ein bisschen lange bei uns rum. Das Ding. Alter, was ist das für eine Dreckskarte? Ja, ja. Da kannst du ihn nicht mal reinsetzen, Alter. Da brauchst du wirklich... Boah, der sah ja schlimm. Ja, aber der hat Potenzial. Das war dieses... Das ist wie der hier. Guck mal. Der hat auch irgendwie Potenzial. Auch wenn er für die Ranzkäste ist. Voll. Ja. Ich mach das nochmal in den Anhänger so vom K30. Messen wir das eben durch. Weil ich morgen den Trailer brauche. Weil ich morgen noch ein anderes Auto hole. Und dann hier... Diese Leitung bei dem hier noch flicken. Dann machst du dann parallel würde ich sagen einfach den. Lass uns noch Reifen vorher gucken. Ob wir Reifen haben für das Auto. Gute Reifen werden schön. Weil ich will dich jetzt auch ungern von dem anderen Polo nehmen. Weil der andere Polo ist noch ein bisschen mehr Arbeit. Weil der Fahrstimmel noch unterwegs ist. Der hier Axtträger. Aber wäre schade, wenn wir jetzt... Wenn wir eigentlich die Reifen hin und her tauschen. Dann wäre das Schwachsinn. Ja. Dann brauchen wir für zwei Autos gute Sätze. Können wir nur was machen für den TÜV. Ja. Aber letztendlich muss man beim Verkauf gute Reifen haben. Für den TÜV ja. Ja. Aber sonst nicht. Wir können auch nicht mit zwei Autos hinfahren. Und beide haben die selben Satz Reifen. Wird lustig aussehen. Aber das muss nicht sein. So. Jetzt sind wir voll in der Baustellenkette. Also echt in der Kette. Ich muss ein bisschen System machen. Deswegen müssen wir das machen. Also als erstes will ich gerne die Lampen da verbauen. Von Horst, die die hier verkabelt hat für mich. Damit wir schon mal Licht haben. Auf der Seite hier. Wir machen uns mal Licht hier an. Und dann kommt noch ein Kunde, der den Passat abholt. Heute. Sven. Läuft die Passat Limo ab. Und dann machen wir die Annäherdose von K30. Die ich letztens versaut habe. Damit ich morgen früh ein Auto holen kann. Dann laden wir den Nissan ab. Der drauf steht. Der muss ja auch runter. Der Almera. Dann. Wenn das durch ist. Machen wir am Van weiter. Ob der heute läuft. Das glaube ich nicht. Wird eng. Aber es ist halt so ein bisschen. Dann müssen wir unseren Tagesplan da irgendwie einteilen. Das Gute ist ja, dass wir die andere Werkstatt haben. Das heißt, die wichtigen Sachen können berühm gemacht werden. Das heißt, meine Bühne bleibt erstmal leer. Dann ist es halt so. Und da muss ich mich selber dran gewöhnen. Dass es dann halt so ist. Weil wir jetzt den Stress machen. Weil das macht eh keinen Sinn. Stress zu machen. Lampen. Gut. Ähm. Lampen. Wohin mit der Scheiße? Ich fange mal an. Tilo nochmal danke für die Lampen. Und Timo auch danke, dass du mich schon vorbereitet hast mit Steckern dran. Damit ich nicht so eine Scheiße hier habe. Mach schon mal einiges einfacher für mich. So. Meine Tütellampen sind fertig. Das Kabel immer ordentlich verlegen. Jetzt ist gut. Jetzt haben wir hier noch Licht. Wir haben die Lampen dann hier. Und wir werden dann später denke ich noch die eine Lampe da hinten haben. Für die habe ich aktuell noch kein Kabel. So ein Kabel kaufen bei Action. Klingt komisch. Ist aber so. Und dann haben wir das Kabel auch durch. Dann gehen eine Lampen hier. Dann muss das eigentlich für das Video hell genug sein. Dass man auch mal nur die Lampen halt anlässt. Den ganzen Rest aus. Ein bisschen Strom zu sparen. Super Nummer. Finde ich geil. Tilo. Timo. Danke euch. So. Und jetzt geht es weiter. Ich brauche noch einen Kabelbinder. Ich brauche es an die Anhängerdose bei. Das ist das Projekt, worauf ich mich am meisten nicht freue. Das ist voll die scheiß Arbeit. Du musst nämlich dann ausklingen, welches Kabel welches ist. Weil die ganzen Kabelfarmen natürlich allen nicht passen. Die sind natürlich alle anders bei dem Teil. Sonst wäre es auch einfach gewesen, das umzubauen. Dann habe ich das irgendwie damals verhauen. Und jetzt darf ich sozusagen das ausbaden. Weil ich so ein toller Elektriker bin. Herzvoll drauf. So, ich bin zufrieden. Die Lampen sind echt cool. Weil echt handlich sind. Die wiegen nicht viel. Feier die Dinger echt. Und wir haben so ein bisschen Licht jetzt hier unten wieder. Da kann man so ein bisschen die Arbeitsfläche besser sehen. Ich meine das nicht in der Halle ist wie so relativ scheiße. Weil die Halle halt sehr dunkel ist. Aber macht schon einiges mehr. Finde ich jetzt. So, jetzt geht es weiter mit der Baustelle hier. Auch so eine supertolle. Da freue ich mich so richtig drauf. Natürlich war ich beim Gummi-Typen. Ich war in Wilhelmshaven unterwegs überall. Natürlich war ich nicht beim Schraubenmann. Wenn wir die richtigen Schrauben zu holen für die Anhängerdose. Auch wieder richtig clever von mir. Auf ein neues. Jetzt. Das ist mein Material. Hier. Kann ich testen. Das hier ist Blinker links. Habe ich schon gelernt. Das hier ist Masse. Das Dicke. Das H2 habe ich schon mal belegt. Das ist schon mal ganz cool. Da müssen alle hier herangetüdelt werden. Die Frage ist nur, was ist jetzt oben? Müsste doch eigentlich so sitzen. Ich gucke dann mal in der Anhängerdose. Ich habe noch mal eben, wie das muss. Und dann eins nach dem anderen. Bis es funktioniert. Müsste jetzt einen nicht stimmen. Hier. Auch DDR hier. DDR-Ruler. Passend zum Auto. So. Verkabler muss jetzt stimmen. Einige sind 7-polig und nicht 13-polig. Schön, ne? Hat man nie so einen schönen Kabelstrand gesehen. Ah, vom Feinsten. Kennt der Scheiß wieder dran? War deshalb wieder gut. Dann testen wir mal aus, was? Dann können wir uns ja mal den Almera hinten dranhängen. Das Licht mal testen. Und wenn das alles so funktioniert, dann können wir den Almera auch gleich abladen. Ob der Anlass jetzt will? Was meint ihr? Also so Möffys Gesetz bei mir so in meinem Leben müsste der Anlass jetzt nicht funktionieren. Schauen wir. So. Ja. Sachen gibt's wie gibt's nicht, ne? Also heute Morgen, hat er nur gedacht, es regnet gerade, hat der K30 gedacht. Wie kann ich Max am meisten abfacken? So ungefähr, weil dann ist so der Plan von der Karre gewesen. So ein, was weiß ich, so Silvester oder so. Oder hier 1. April Scheiß. Hat mich April geschickt. Haben wir noch nicht mal April. Aber hat er schon gemacht. Schauen wir mal, wa? Also, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Licht an. Linker, links. Na, kann so bleiben. Das ist scheinbar ein neues Problem. Wo der Trailer denn ein Problem hat. Oh. Funktioniert schon mal gut. Hämlich gar nicht. Ich glaube aber, mein Kabelproblem ist ja da, weil ich letztens ein Video gehabt habe. auf der Linker links habe ich schon mal gar nicht. Aber ich dachte, der Trailer ist nicht sowieso tot. Scheiße. Geh die Suche nach Anna, weil ich weiter. Nix. Ich habe die geblendet. Lied nicht am Auto. Lied am Trailer. Siehst du, wie bei Michi sein Auto letztens. Auf unterwegs gehabt haben wir das Problem mit diesem Glimm. Glimm, oder? Ja, jetzt sehe ich das auch. Ne? Ich spule das mal ein bisschen an und wackele ein bisschen an den Strecke, dann geht das. Glaub ich. Ist komisch. Aber das haben wir schon mal gehabt tatsächlich. Also Michi sein Auto. Der Trailer hat irgendwie so. Der müsste auch mal neu gemacht werden, der ganze Bock eigentlich. Die Elektrik von dem Teil. Quatsch. Der müsste eigentlich, sag ich. Der muss mal neu gemacht werden. Der Trailer. Weil der Trailer, wie gesagt, der ist immer noch eine ziemliche Gurke. Ziemlich die größte Gurke, die ich habe, ist dieser kleine Trailer. Von allen. Das war aber schon immer gewesen tatsächlich, das Ding. War immer schon eine mega Gurke. Aber, ich kam mir mal ganz gut mit ihm klar. Also mittlerweile so, sag ich mal, hat er so ein paar Dinger, die ganz schön nerven. Und das ist so, das ist eine Sache, die wir jetzt machen müssen mal. Stecker will ich vorne erstmal neu machen. Den Anhängerstecker, der vorne dran hängt. Und dann Kontakte wieder herstellt. Kabel hier überprüfen alle, ob das neu machen. Dann geht das wieder. Aber es ist Fakt. Das Ding ist eine ziemliche Gurke. Und den hau ich ja schon seit zig Jahren immer nur durchgegen, das Ding. Aber wir haben zwei Probleme. Pass auf. Der Mannschuld geht. Hier, da. Ach so, links nicht. Das Problem, das der Trailer hat, ist, dass einmal das Lichtkabel von links kaputt ist. Das nicht funktioniert. Das ist ein Kabel, das hier liegt. Ich muss den mal angucken, weil der AMR runter ist. Und der Stecker hat, glaube ich, selber einen Wacke-Kontakt, der vorne ist. Kann sein, das wäre der Fleck. Stimmt, klapp und schweißen. Könnte sein. Na gut, aber das kannst du ja nichts für. Kannst du ja nichts sehen. Ne, 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 ne. Wir sagen, wir kommen wieder an mehrere Mal hin runter. Dann gucken wir uns das mal an. Wollen wir uns mal hin runter, ja. Genau, das machen wir jetzt. Kollektiv. Hier, das Kabel hier ist kaputt. Das ist durchgefault hier. Das ist mal gelötet worden hier, die Verbinder hier. Und geklimmt. Und, oder gekrimmt, oder wie das heißt. Und hier hat sich das Kabel, das verlootete halt, vergammelt und ist dann abgegangen. Und deswegen geht das nicht. Wenn ich hier das verbinde, geht die Rückenleuchte wieder. Das habe ich die Masse von der Rückenleuchte, schätze ich. Gut, also Licht haben wir gleich wieder in Ordnung. Super. Ich muss nur mal eben ein bisschen der Häcksache holen dafür. Das ist schon mal gut. Ist nicht immer alles kacke. Und was auch gut ist, dass mein Kabelbaum funktioniert. Weil ich das verkabelt habe. Was sagst du? Ach so, was rennt du dir jetzt so los? Was ist denn das für eine Mission? Dachte ich so jetzt. Licht am Trailer geht wieder. Stecker eingesprüht vorne. Dinger zusammengetüdelt. Blinker geben wieder. Bremslicht geht wieder. Alles gut. Also der Trailer ist wieder einsatzbereit. Immerhin etwas. Und er ist wieder einsatzbereit. Das ist auch schon wieder eine ganz gute Sache. So, die Baustelle. Auch erledigt. So, was machen wir jetzt weiter mit? Jetzt gehen wir an die Baustelle, wo ich persönlich vom Arbeiten her am wenigsten Bock habe. Aber die muss erledigt werden. Das ist der Chevy-Van. Der braucht nämlich jetzt seine Kuh. Seine erstmal Dieselfelder-Überbrückungskur. Das ist das Erste. Ich habe viel gelesen über die Motoren jetzt. Ich habe viel reingelesen und sowas. Ich glaube, ich bin bald fähig. Eben auch so verstehen von dem Teil hier. Der Filter muss raus. Dieser hier. Den kriegen wir bald neu. Aber der ist undicht. Die ganzen Leitungen unten, die kommen nochmal alle neu. Die wir vorher schon neu gemacht haben. Damit es richtig gut funktioniert. Aber erstmal sieht meine Jacke jetzt aus. Weil dafür wieder so ein Ekelkram. Dann Putzlappen dazuschmeißen oder so. Mal gucken. Dann kommt uns meine 50 Euro für Schläuche zum Einsatz. Und dann, wenn wir Ende Glück haben. Ich gehe mal davon aus, der wird immer noch nicht laufen. Der Fehler ist ganz woanders vergraben. Ich glaube, der Fehler von dem Auto liegt an der Ford-Lüheanlage. Ich glaube, der kriegt gar keine Temperatur. Und ohne die Temperatur zündet der Selbstzünder nicht. Da hat er keinen Bock drauf. Bei der K30 musst du auch mal so ganz, ganz senig vorblühen. Und der hier glüht ja gar nicht. So rupfig gar nicht. So ein paar Sekunden. Und dann meint er, er will schon los. Glaube ich nicht. Das ist mein Arbeitsplatz ein bisschen aufbereitet hier. Schon Licht geschaffen. Hier ist der Motor. Echt? Wunder, ne? Motor. Die ganzen Schläuche, die ich habe. Hier sind jetzt den Filter. Der kommt jetzt raus. Dann kommt die ganze Halterung nochmal raus von dem Filter. Und dann bauen wir das mal alles auseinander. Und brücken den Filter jetzt erstmal. Scheiß was drauf. Wir brücken den jetzt. Und den werden wir später wieder einsetzen, wenn wir einen neuen haben. Das ist der Plan. So, ich bin ein bisschen weiter am ganzen Projekt. Sah aus wie Sau. Ich habe jetzt die ganzen Leitungen unten alle neu gemacht. Habe es ihnen hier wieder angebaut. Weil ich kann ihn gar nicht brücken. Das sind drei Anschlüsse. Und drei kannst du nicht brücken. Du kannst höchstens zwei brücken. Ih, die Kamera ist auch noch beschlagen. Warte. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht. So. Wie geht es, habt ihr Qualität. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier den Filter gefüllt kriegen. Hoffentlich ist er dicht. Zulauf habe ich auch neu gemacht. Mit einem Außengewebeschlauch. Leider hatte ich keinen Innengewebeschlauch für den gehabt. Mal gucken, was passiert. Saft ist drauf. Blow-Plug zeigt er auch an. Aber den willst du nicht anspringen. Das wäre komisch. Finde ich. Mal gucken, bis der Filter sich füllt. Mal aufpassen. Du musst den mal aufdrehen. Irgendwann kommt da ein ganz kleiner Schwall Diesel. Und den musst du halt ... Ich bringe da schon mal einen Lappen unter. Den müssen wir halt nicht abfangen. Filter ist voll. Habt ihr gesehen? So. Diesel müsste jetzt eigentlich da sein. Es ist immer wieder so weit, wie wir vorher waren. Nur mit ganz wenig Ranz. Und ich glaube, dass das hier kein Lügen ist, dass das scheiße ist. Fürs Vorliebentil. Das Ding ist das hier, glaube ich. Das Relais hier. Klick, klack. Das ist das hier. Und das hier müsste eigentlich immer ... mal laufen. Das ist ein Schalter oder so. Wäre viel cooler. Das ist noch ein bisschen glühen. Dann können wir eine Runde orgeln. Aber der wird 100 pro nicht anspringen. Glaub ich nicht. Das wäre zu einfach. Wenn der jetzt anspringen würde, das Thema wäre durch. Nee, 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 nee. Das wäre dämlich. Das wäre totaler Quatsch. Das kann nicht sein. Aber guck noch mal. Der Glut ist lang genug. Klick, klack. Aufgehört mit Klick, klack. Mal klick, klack. Scheiße, er verliert wieder Diesel. Es tropft da. Siehst du das? Da habe ich in dem V von dem Motor so eine kleine Dieselfritze. Ach, Mann, ey. Warum ist der denn jetzt undicht? Die im V-Ladon sind alle neu. Verstehe ich nicht. Ach, Mann. Das ist wie so ein Fluchtaussteil. Was soll ich sagen, Freunde? Das Chevy-Ding sich erst mal erledigt für heute. Wenn ich Glück habe, kommt morgen der Filter an. Der neue Kraftstofffilter. Weil der alte Filter ist unten scheinbar gerissen am Falz. Das ist so ein Kotzen. Und deswegen leckt das Ding so. Das heißt, morgen gibt es ein Chevy-Video. Würde ich sagen. Mit TÜV und so. Man kennt ihn. So, bevor ich sage mit TÜV. Natürlich nicht mit TÜV für den Van, sondern mit TÜV für ein Verkaufsauto von uns. Weil Gordon macht jetzt gerade den alten Polo von Elvis fertig. Und den nehmen wir dann mit. Wir haben immer noch keine roten Nummer. Die sind immer noch in Polen. Klingt komisch, ist aber so. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mit dem Trailer fahren. Also aktuell ist der K30 echt wichtig. Bin ja ganz froh, dass er so durchhält. Auch wenn es Anlasser heute Morgen war ein bisschen scheiße. Aber sonst kann man nicht meckern. So, jetzt machen wir eben meinen Gurkenshop fertig. Also, damit ihr euren Karm kriegt. Das schicke ich nämlich alles heute noch raus. Damit es auch nicht so lange Wartezeit gibt. Ja, was soll ich sonst groß erzählen? Das ist halt der Tag gewesen, Mann. Der ist durch. War ein bisschen rödelig. Aber ich würde sagen, wir sind trotzdem ans Ziel gekommen. So, fertig geschwoppt. Ja, Kram geht ja heute raus. So, Freunde. Ich muss sagen, das war's für heute. Was soll ich jetzt groß noch zeigen? Ich fahre jetzt nach Hause, esse Abendbrot und dann war's das. Ja, er ist hoffentlich morgen weiter. Was soll ich sagen? Wäre schön, wenn er jetzt weiterkommen würde. Ich muss erst mal gucken, dass ich halt diesen scheiß Filter habe. Wenn ich einen Filter habe, dann kann ich gucken, ob der Diesel einspritzt. Und wenn er Diesel einspritzt, kann ich gucken, ob der vorglüht. Ah. Ich sehe ihn nach 20 Jahren hier meine Bute blockieren. Man kennt ihn. Aber ich will es durchziehen. Ich will ihn auf jeden Fall so haben, dass er fährt. Kann das nicht anders sein. Das muss jetzt nicht hier Ewigkeiten rumgammeln, das Teil. Das macht null Sinn. Seht ihr ja hier. Da. Alles ready, ready und steady. Voll keinen Bock mehr, Alter. Voll in den Arsch. Wir werden mal futtern. Feierabend machen. Und dann geht's morgen weiter. Morgen früh ist wieder Rührei. Nee, scheiße, gibt's nicht. Wir müssen morgen früh ein Auto abholen. Gibt's kein Rührei. Oh, Menno. Nicht mal Rührei. Der Dicke hat gesprochen. Scheiße. So. Mutterfreunde, bis dann. Machen wir den Enten jetzt aus und dann gehe ich an Feierabend. Ciao.